... Willkommen bei der Harderbahn, Top auf Interlaken. Die Harderbahn wurde 1908 eröffnet und führt sie in 8 Minuten mit einer Steigung von 64% auf 1322 Meter über Meer. Wir wünschen Ihnen einen guten Aufenthalt und freuen uns über einen Besuch im Restaurant mit Sonnenterrasse und Aussichtssteg. Willkommen bei der Harderbahn, Top auf Interlaken. In 8 Minuten, die Harderbahn, inaugurée in 1908, veröffnet ein Dänivelé von 64% für Sie in der Höhe von 1322 Meter Höhe. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und wir freuen uns über Sie in der Restaurant, die eine Terrasse und eine Panoramisch-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke. Willkommen bei der Harderbahn, Top auf Interlaken. Willkommen bei der Harderbahn, die Harderbahn auf 1,322 Meter Höhe von 1,322 Meter Höhe in 8 Minuten. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt und wünschen Sie die Restaurant, mit Sonnenterrasse und Vantage-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke. Die Harderbahn-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke-Planke- Die Stadt ist in der Stadt, die Stadt ist in der Stadt, die Stadt und die Stadt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020